Es gibt momentan, glaube ich, 30 Grundschulen in Deutschland, die mit iPads arbeiten. Ich habe auch schon von den ersten Kindergärten gehört, wo ein oder zwei iPads vorhanden sind. Ich finde das deswegen eine gute Entwicklung, weil die iPads bezüglich der Gestenkommunikation, die sie haben, der kindlichen Umgangsweise mit Medien sehr entgegenkommen. Also nicht mehr mit der Maus zu machen, sondern mit Gestenkommunikation. Die sind sehr einfach zu administrieren und man braucht also nicht überlegen, wie muss ich ein Netzwerk einbauen, wie kann ich das anschließen und so weiter. Ich finde das iPad gerade für die Kinder eine enorme Möglichkeit, selbstbestimmt mit Medien umgehen zu können.